Hallo FC-Basel-Fan, wenn du hier auf dem Kanal bist, abonniere und hinterlasse dein Like, damit dir YouTube weiterhin die neuesten FC-Basel-News aus erster Hand bringt. Gehen wir zu den Nachrichten. Zuletzt war von einer Einigung zwischen dem FC Basel und Renato Weiger zu lesen. Noch scheint es aber auch andere Interessenten am portugiesischen Defensivspieler zu geben. Wie die portugiesische Zeitung Record berichtet, soll auch der FC Burnley aus der Premier League, bei dem seit dieser Saison CK Amduni spielt, am 2.0-Jährigen interessiert sein. Der Premier League soll 6.5 Millionen Euro für den Portugiesen bieten. Wie 4 bis 4 bis 2. KOM schreibt, kann sich Weiger aber einen Transfer zum FC Basel weiterhin vorstellen, weshalb die Basler noch immer im Rennen sind. Die kommenden Tage werden entscheiden, ob der Variable im defensiven Mittelfeld, in der Innenverteidigung oder als Linksverteidiger einsetzbare Spieler ans Rheint nie kommen wird. Bei Sporting Lissabon besitzt Weiger einen Vertrag bis 2025. Hinterlassen Sie Ihren Kommentars, ehe liken Sie, damit YouTube Ihnen weiterhin die Videos aus erster Hand liefert.